Du bestehst aus Denise und Dennis E. Wer ist Denise? Wer ist die wahre Denise? Denise ist eine Mischung von Party, Shorty Girl und Stubenhocker. Eine bunte Mischung aus beidem. Und warum unterdrückst du einen Teil davon? Was heißt unterdrücken? Das war vielleicht die falsche Wortwahl. Ich würde eher sagen, ich hätte mich so ein bisschen zurückgenommen, was natürlich auch nicht richtig ist. Und wovon er aber halt auch nichts wusste. Ich habe immer zu ihm gesagt, ich will das nicht, ich mache das nicht und so weiter und so fort. Klar, natürlich viele Einflüsse, die Männer, also die Mädels haben natürlich eine Haltung ihm gegenüber entwickelt, was ja logisch ist. Wir sehen alle nur Negatives. Wie soll man da auch positiv denken? Kann ich auch verstehen. Aber schlussendlich habe ich das, glaube ich, schlimmer gemacht, als es tatsächlich in der Realität ist. Wer hat dir denn das Ganze eingetrichtert? Warum zeigst du jetzt leider auf Mimi? Ja, Mimi hat natürlich viel ihren Senf dazugegeben. Aber auch völlig zu Recht. Aber wir haben ja nur schlechte Bilder gesehen. Das Ding ist, Mimi ist, als sie reingekommen ist, hat Mimi ja schon direkt gesagt, ich habe eine Grundhaltung gegenüber Lorik oder mit der Beziehung. Ich fand, Mimi war auf jeden Fall eine gute Freundin. Ich finde, was sie gesagt hat und gemacht hat, war aus ihrer Sicht sehr richtig. Mimi kann das nicht beurteilen, ob Denise sich verändert hat, weil sie ein Jahr lang keinen Kontakt hatten. Und wir sind nach dem Kontaktabbruch von den beiden Mädels erst zusammengekommen. Bist du dir sicher? Mimi, du weißt doch gar nicht, wie sie ist in der Beziehung. Aber ich weiß, wie sie war. Und jetzt? Na und was? Und jetzt? Also soll sie sich zurücknehmen? Aber kennst du mich? Ja, nein, das ist ja der Punkt. Also, du weißt gar nicht über mich. Du weißt gar nicht, wie sie ist in der Beziehung. Meine Meinung in diesem Haus hat sich dadurch gebildet. Also erstens war ich einfach nur traurig, dass Denise nicht mehr die Denise war. Aber es war okay für mich, weil es einfach wie ein neues Kennenlernen für mich war. Aber dann habe ich gemerkt, okay, die Denise ist ja noch da drin, die Denise E. Und sie will eigentlich gar nicht da drin eingesperrt sein. Und wenn ich dann Geschichten höre und Bilder sehe, dadurch bildet sich doch meine Meinung. Ich glaube, Mimi hat nur die Eindrücke, die sie sieht. Will natürlich dann ihre Freundin schützen, weil sie ja nichts Positives zu sehen kriegt. Und da ich dann bin, schnell und einfach zu manipulieren, das ist ja kein Geheimnis. Und dementsprechend nehme ich mir dann dem Ganzen halt auch sehr schnell an, statt halt mal die guten Sachen zu nennen. Und dann fühlt sich Lorik natürlich dann in einer doofen Situation, weil er denkt, na toll, die ganze Zeit werde ich beleidigt oder keine Ahnung was. Und findet er dann natürlich auch nicht cool. Und so stehen jetzt die beiden gegenüber und ich sitze dazwischen und ja.